hallo zusammen und schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen video auf diesem kanal diesmal zeige ich euch wie ihr an den bauplan unergründlicher krabbeler kommt und wie ihr seht ich bin tot und genau das ist der punkt ihr könnt diesen bauplan nur loten wenn ihr ein geist seid und dafür müsst ihr halt in die rast des glaubens von ferien ihr seht hier licht auf meine leiche ich habe mich einfach von möme fallen lassen und ihr müsst die höhle betreten die höhle ist verbanden und dort habt ihr wenn ihr links in die ecke geht eriktus schemen und von ihm bekommt ihr den bauplan die müssen einfach nur ansprechen er verschwindet und da habt ihr mehr ist das nicht dann nehmt ihr den an bringt ihr das zu schmiede und alles ja ich wollte euch das nur kurz zeigen ich hoffe ich konnte euch damit helfen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten video wieder bis dahin